Von Max zu Pete, Pete York und Ben zu Gast in der Abendschau. Er baut die Brücke ins Wochenende. Wir wünschen Ihnen wunderschöne Tage. Nächste Woche begleitet Sie Christoph Däumling an dieser Stelle. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Sendeteams und gebe weiter an die Kollegen der Rundschau gleich nach dem Sound von Pete York und seinem Shake, Rattle and Roll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Heute Abend